Sie hat einen sehr speziellen Geschmack, immer sehr präzise, in dem, was sie interessiert. Ich bin die Geschäftsführerin vom Haus und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mich einmal persönlich zu bedanken, auch im Namen der Tierpfleger, aber auch ganz persönlich. Mir ist noch nie eine Gönnerin, Stifterin, Spenderin begegnet wie Sie. Ich bin die Gönnerin, Stifterin. Ich bin die Gönnerin, Stifterin. Ich bin die Gönnerin, Stifterin. Ich bin die Gönnerin, Stifterin.